Entering Necropolis Okay, 72 Gegner, das ist gar nicht so viel. Ist das vielleicht wieder ein Endgegner-Level, wer weiß. Wir haben auch nur einen Secret. Okay, oje. Wunderbar. Sehr schön. Wunderbar, wunderbar, es klappt sehr gut. Ähm... Ja, hier ist alles tot, sehr schön, so mag ich das doch. Okay. Die Gegner ohne Geräusche. Wunderbar. Wow. Oh je. Na. Sehr schön, sehr schön. Oh je. Aua. Oh, da ist eine Rüstung, die hätte ich gerne. Oh lol, der ist sogar gestorben davon. Okay, jetzt aber mal gucken, wie ich an die Rüstung komme. Einfach hingehen. Das ist natürlich sehr einfach. Was hat der gemacht, gelesen oder was? Ich meine, da ist ein Bücherregal. Wilder. Wilder, der Demon. Wer hätte das gedacht? Oder Zombies, weil ja eher nur Zombies. Wahrscheinlich, äh, ein Buch über Schrotflinten gelesen. So von wegen, wie, äh, setze ich meine Schrotflinte effektiv ein gegen Leute mit dem Namen Doomguy. So, hier, hier rutsche ich erstmal ein bisschen. Die, der überlebt. Oh Gott, ich hänge in den Gegnern drinnen. So. Wunderbar. Ich hab's überlebt. Es ist knapp, aber ich hab's überlebt. Wunderbar. So. Ahh. Das ist ja sehr nett und freundlich. Jetzt haben wir aber echt nicht so viel Leben übrig. Das ist ein kleines Problem, eventuell. Ja, zum Beispiel, wenn da ein Chain Gunner ist. Oder zwei. Aber, was ich gesehen habe, ist das hier. Das kann man sich direkt nehmen. So, das hat er sich eindeutig verdient. Ich denke mal, die Gründe sind sehr offensichtlich. Kommen wir da eigentlich... Okay, die Munition ist auf jeden Fall voll. Dann mal sehen, wir haben noch die Route. Sehr schön. Okay. Oh je. Ich höre Imps, aber ich sehe keine Imps. So, warte, den hier muss ich auf jeden Fall wegbekommen. Ah, verdammt. Sehr schön. Wir haben das hier geschafft. Aber wo waren die ganzen Gegner? Waren die da unten? Oder haben die nur von irgendwo auf uns geschossen? That doesn't seem to work. Ja. Das hat für mich ein Problem. Oh je. Irgendwie habe ich ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache. Wie kommen wir eigentlich auf inzwischen 99? Das nennt sich... Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Oh je. Ich habe ein Problem. Ein sehr großes Problem. Das nennt sich... Stachelwand. Die kommt genau auf mich zu. Und... Ah. Und die kommt nicht auf mich zu. Die bringt mich um. Aua. Nicht nett. Überhaupt nicht nett. Ja. Was mein jetzt? Kann ich mich hier freisch... Lol. Geht halt echt. Aber gut. Dann äh... Haben wir das ja geschafft. So. Jetzt sind wir sogar hier. Clever. Clever durchdacht. Muss man sagen. Jetzt gibt es für mich keinen... Oh Gottes Willen. Ach du Kacke. Was war das denn? Steht der da unten einfach und ballert einfach direkt drauf los? Der hat vielleicht Probleme gehabt. Aber ja. Ich wollte eigentlich sagen, es gab für mich nicht wirklich einen Grund. äh... Nochmal Plattformen, ne? Das so zu machen. Mit Springen und so. Aber ich konnte ja auch nicht wissen, dass da einfach ein Chaingun eigentlich nur schon darauf wartet, dass ich ins Wasser springe. Das ist natürlich ein Problem gewesen. So. Das hier sieht nicht sehr gut aus für mich. Ich weiß auch nicht. Ich hab zu mir erwartet, dass es nach oben geht. Oh. Oh. Du, 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 du. Mal sehen. Na, verdammt. Oh, come on. Agfileben kann er nicht mehr haben, oder? Wenn, wenn er jetzt so viele BFG Sachen abgekommen haben muss. Na. Boah, ey. Ich glaub's nicht. So bleibt einfach ein Damage-Tank. Hier. Das hat er sich verdient. Exit. Okay. Was mich ein bisschen wundert, weil, äh. Uns fehlen noch so viele. Aber anscheinend echt. Aber ich hab mich eh gewundert. Wir haben ja eigentlich 72 Kills, glaub ich, am Anfang gehabt. Beziehungsweise Monster. Und auf einmal sind da über 100. Das kann eigentlich gar nicht sein, oder? Also so viele, äh, Gegner, die neu gespawnt wurden. Durch Pan-Elementals oder so. Das waren eigentlich nur eine Handvoll. Also nicht einmal, oder? Es waren zwei, drei, Alter. Da bei der einen Stelle, wo auch die Pinkies waren. Es könnten in etwa diese, ich glaub wir hatten ja 77 Kills am Ende. Es könnten sogar diese fünf extra Gegner gewesen sein. Insgesamt. Finde ich ein bisschen komisch. Aber naja, ist ja auch nicht so schlimm. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.